Weihnachten. Am Strand? Hallo, Janko. Was für ein schöner Baum. Hast du schon alles für Weihnachten vorbereitet? Oh, du bekommst Besuch. Deine Eltern. Wundervoll. Du kannst es sicher kaum erwarten. Oh, das sieht sehr schön aus, Janko. Deine Eltern werden begeistert sein. Hallo, Freunde. Steckt ihr gar nicht in den Weihnachtsvorbereitungen? Ein Koffer. Was hat der denn mit Weihnachten zu tun? Ah, natürlich. Ihr macht eine Weihnachtsreise. Weihnachten mit Janko. Ich verstehe. Ihr wollt Weihnachten einmal anders feiern. Mit Janko am Strand. Nun, ich befürchte, Janko hat schon andere Pläne. Hey, Freunde. Wartet. Sieh nur, Janko. Das sind bestimmt deine Eltern. Aber was ist... Hey, wartet. Das Abendessen. Pocojo, warte. Janko, Weihnachten. Janko. Ja, ich weiß. Aber vielleicht kannst du erst eine Weile mit deinen Freunden spielen und dann trotzdem rechtzeitig zurück sein, um deine Eltern zu treffen. Janko, du kannst ja richtig gut schwimmen. Janko, du kannst ja richtig gut schwimmen. Du musst keine Angst haben. Was hast du denn, Janko? Janko? Mal sehen. Kann jemand Pocojo erklären, was mit Janko los ist? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sehr gut, Pocojo. Du hast es ganz allein herausge... Schneemann. Schneemann? Janko! Janko! Oh, verstehe. Pocojo möchte, dass du mit ihnen Sandschneemänner baust. Natürlich Sandalen, damit du dir nicht die Füße verbrennst. Danke, Baby Pieps. Was ist denn, Janko? Hast du noch nie Sandalen getragen? Sei vorsichtig, Janko. Sei nicht traurig, Janko. Du bist bestimmt bald wieder zu Hause. Ich verstehe dich. Du vermisst deine... Janko! Weihnachtsessen! Sieh mal, Pocojo hat ein ganz besonderes Weihnachtsessen für dich zubereitet. Janko! Oh! 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 Oh je, Janko. Heute scheint alles schief zu gehen. Komm schon, Janko. Kopf hoch! Es ist ja bald geschafft. Laloalo! Ich weiß, Janko. Oh, scheinbar hat Pocojo doch noch verstanden, was dir fehlt. Tada! Weihnachtsbaumschmuck! Ja! Oder vielleicht auch nicht. Janko! Weihnachtsbaum! Nein, Freunde. Was Janko wirklich, wirklich möchte... Oh! Er möchte die Palme schmücken. Und wer würde das nicht wollen? Oh! Oh! Sehr gut Janko. Aber... die Palme wackelt ziemlich stark, oder? Oh, oh, oh! Oh! Och! Ich weiß, aber sie werden doch sicher auf dich warten, oder? Freunde, wisst ihr, wen Janko so fürchterlich vermisst? Seine Eltern? Natürlich, seine Eltern! Ich helfe! Guten Abend, Herr und Frau Yeti. Janko wird bestimmt bald hier sein. Hallo! Wie schön! Endlich ist die Familie vereint. Jetzt feiern alle zusammen. Ein Hoch auf Weihnachten mit der Familie und natürlich mit Freunden. Macht's gut! Bis bald! Bis bald! Musik